Es geht. Du, ich wollte mit dir über das eine Mädchen reden. Diese super intelligente, hübsche... Rachel! Genau, genau die! Boah, also wenn ich über die nachdenke, denke ich wirklich an ein tadelloses Benehmen. Hallo, ich bin Rachel, 19 Jahre alt und besuche die fünfte Klasse der VBS Augarten. Eigentlich bin ich ein ganz normales Mädchen. Was mich aber besonders ausmacht, ist, dass ich überall engagiert an meiner Schule bin. Gezeigt hat sich das in den letzten Jahren. Dadurch, dass ich bei der Schulbuchausgabe tätig war, außerdem half ich bei der Organisation des Fototags, sowie der geplanten Maturreise, auf die ich mich besonders freue, da zu meiner Leidenschaft das Reisen gehört. Was zeichnet mich noch aus? Zuerst, ich bin ein sehr familiärer Mensch und sorge mich um meine Mitmenschen. Meine Familie steht an erster Stelle und wenn sie mich braucht, bin ich für sie da. Gezeigt hat sich das dadurch, dass ich im Familienbetrieb aushelfe und in der jüdischen Gemeinde aktiv bin. Meine Kreativität spiegelt sich in einer meiner Leidenschaften, dem Zeichnen, wieder. Aber nicht nur das, außerdem bin ich sehr musikbegeistert, da ich mir das Klavierspielen selbst beigebracht habe und immer wieder gerne vor mir hinsinge. Boah, da hast du wirklich recht. Sie ist wirklich sehr ehrgeizig und ein liebevoller Mensch. Das würde ich bestätigen. Das und vieles mehr bin ich.